Hier im Bayerischen Hof haben wir unheimlich viele Räumlichkeiten, die eigentlich wie ein zweites Zuhause sind, die vom Design her toll, interessant sind, aber trotzdem eine gemütliche, intime Atmosphäre geben. Ein Salongespräch im Bayerischen Hof soll immer der Inspiration für unsere Zuschauer, für unsere Gäste dienen. Also Charisma aus dem Griechischen heißt Gnadengabe, also von den Göttern gegeben. Kann man das lernen? Das ist die große Frage. Wir haben zwei Gäste, die natürlich, wie es bei uns üblich ist, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Sie ist Diplombiologin, Dozentin an der Universität der Bundeswehr in München, aber ihr Hauptjob ist zum einen Führungskräfte-Coach und zum anderen Keynote-Speakerin und Buchautorin, Frau Dr. Barbara Miedner. Und er hat mit einem Schauspiellehrer zusammen eine Technik entwickelt zur Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften und heute ist er Futurologe Max Tinius. Bitte schön. Meine erste Frage zur Definition von Charisma oder natürlicher Autorität ist, welche innere Haltung, welcher Charakter trägt einen charismatischen Menschen? Als erstes ist ja mal der Mut aus der grauen Masse rauszustechen. Also solange ich in der grauen Masse mitlaufe, falle ich nicht auf. Sobald ich auffalle, gewinne ich Aufmerksamkeit. Und dazu muss ich stehen. Also ich muss mit dem Kontrast leben lernen und das bedeutet Mut. Das hängt, glaube ich, sehr viel mit innerer Haltung zusammen, mit einem sehr vielen, dass man erst mal Interesse am Menschen hat, erst mal Interesse an den Menschen, mit denen man zugegen ist. Also ich habe noch niemanden erlebt, der in meiner Wahrnehmung tatsächlich charismatisch oder autoritär oder natürlich autoritär war, nämlich auch ein Interesse an den gegenüberliegenden Menschen hatte. 70 Prozent ungefähr dessen, was man als Eindruck vermittelt anderen Menschen, ist nonverbal. Also was ich inhaltlich sage, spielt erst mal gar nicht so wahnsinnig die Rolle. Die besten Ideen setzen sich leider nicht durch, sondern eigentlich die mittelmäßigen Ideen von demjenigen oder derjenigen, die am meisten Aufmerksamkeit hat. Gibt es da nicht doch auch eine angeborene, einen Teil? Also für mich als Biologin ist ein sehr großer Teil angeboren. Das heißt also, es gibt ein gewisses Potenzial, was bei jedem inne ist. Es gibt Menschen, die sind sehr ruhig, sehr in sich getragen, die sind sehr wertvoll, aber die sind nicht Menschen, die was vorantreiben. Ich glaube auch, man kann es dennoch lernen. Und ich habe fast vier Jahre lang Schauspielunterricht gehabt. Damals, als ich einspiegte, ging es um das Thema Sprechen und wie kannst du eigentlich mit deiner Sprache modulieren und bestimmte Charakterzüge darstellen. Und bereits nach einem halben Jahr fiel mir auf, dass auf einmal in Meetings ich dort saß und die Leute mir zugehört haben. Also wir haben ja ein irrsinniges Spürsinn aufzudecken, wenn was falsch ist. Und wenn das nicht stimmt und das Technik nur draufgesetzt ist, dann spüren wir, dass da irgendeine Diskrepanz da ist. Wir können das nicht äußern, aber wir spüren, dass was nicht stimmt. Also jeder Mensch, der nicht authentisch das macht, wie er ist, wird das nie so rüberbringen. Ja, ein Salongespräch mit dem Thema Charisma oder natürliche Autorität, kann man das lernen oder nicht, zu besetzen mit einer Verhaltensbiologin, Humanbiologin und einem verhinderten Jazzpianisten, der ein hochinteressierter und interessanter Futurologe geworden ist. Das ist schon eine besondere Zusammensetzung. Ein Geheimtipp für natürliche Autorität ist eigentlich zu lernen, mit Mut auch mal als erstes wo reinzuspringen. Weil das machen wir nicht gerne. Wir gehen immer gerne beobachten, ob das einer jetzt schön macht und dann laufe ich hinterher. Aber dann bin ich immer MeToo. Also ich muss lernen, im Prinzip auch mal reinzuspringen, wo noch keiner das vorher gemacht hat. Vor allem war es spannend, dass tatsächlich jemand richtig Studiertes da war und jemand, der wie ich tatsächlich eigentlich eine bessere Hilfskraft ist, was den Studienabschluss angeht, weil ich habe tatsächlich nichts gelernt und bin dann aber tatsächlich durch diese Erfahrung sehr, sehr tief in dieses Thema reingekommen. Also ich fand die Gesprächsrunde wirklich sehr interessant. Es waren zwei unterschiedliche Ansätze und Persönlichkeiten und ich finde, durch das hat man echt so einen rundum Eindruck bekommen über das Thema. Bei mir, das, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich der Spruch, auch mal mutig sein, auch mal den Mut zu haben, rauszustechen, etwas zu sagen, in den Vordergrund zu treten, selbstbewusst zu sein. Ich glaube, das vergesse ich manchmal und das habe ich mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es so dual war oder so gegensätzlich, weil ja am Ende doch beide jetzt im Coaching, der Weiterbildung, in der Begleitung von Menschen auch tätig sind. Ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Herangehensweisen und das war schon spannend und ich glaube, so inhaltlich auseinander waren sie, glaube ich, gar nicht, sondern die Frage, wo komme ich her, wo will ich hin, hat beide auf einen Weg gebracht und insofern waren die Gespräche einfach inspirierend.